Ja, wir wollen euch jetzt mal unser neues Zuhause für die nächsten drei Wochen zeigen. Und nicht das hier, sondern das hier. Guten Morgen aus Vamivia. Guten Morgen. Wir holen jetzt gleich unser Auto ab. Der Fahrrad steht schon vor der Tür. Viel früher als geplant. Wir mussten gerade verletzen. Oder ich war noch gar nicht im Bad gewesen. Und ja, wir sind jetzt in unserer Airbnb, wo wir gestern angekommen sind. Aber nur für die eine Nacht. Und ja, so wüst sieht es jetzt im Zimmer aus. Ja, hier ist voll das Chaos noch. Aber es ist eine super schöne Wohnung. Ich kann ja mal kurz rein filmen. Richtig, richtig klasse. Total groß und modern. Ja, hier können wir uns aushalten. Und super nette Gastgeber. Also wir können die euch hier unten mal wieder verlinken. Wenn ihr mehr nach Namibia, nach Vento kommen wollt. Echt schön. Ja, und jetzt geht's ab. Das Auto abholen. Wir sind jetzt angekommen bei Asco. Und hier stehen so richtig coole Autos rum. Wahnsinn. Voll die Schecken Autos. Ja, wie viele voll noch. Das ist jetzt hier unser Auto. Guckt euch mal an, wie riesig und lang das ist. Voll krass. Und ja, wir kriegen das alles erklärt. Und später zeigen wir euch dann auch mal alles. Und da oben ist das Zelt. Guckt mal, die Reifen, die Profile. Niesig. Wir haben jetzt gerade alles erklärt bekommen. Und ja, jetzt wird das Auto nochmal getankt. Und dann geht's auch schon los. Wir freuen uns total, ne? Total. Wir sind jetzt unterwegs. Es geht endlich los. Und zuerst fahren wir mal einkaufen. Weil wir müssen ja jetzt natürlich ganz viel kaufen. Vorräte bunkern. Wir gehen jetzt hier in den Spar. Und da gibt's wohl sogar deutsche Produkte. Wir kommen gerade aus dem Stau nicht mehr raus. Weil hier so viele deutsche Produkte sind. Ja. Hier ist noch so ein Bio. Ja, Bioladen ist hier drin. Und hier gibt's sogar die Scher-Produkte, wer die kennt. Oder hier Rapunzel und alles. Ja, ist wie in Deutschland echt. Oder Balea-Produkte sogar aus dem Dämen. Das ist ja echt Wahnsinn. Stark. Total Wahnsinn. Hier sprechen auch so viele Leute Deutsch. Das ist echt witzig. Und die holen uns jetzt erstmal beide eine Laugenbrezel. Hier gibt's mega große Nudelpackungen. Wir müssen gerade an Diana aus Australien denken, die wir dort kennengelernt haben. Weil die hatte nämlich auch hier so einen Zauberschwein, so als wir sie es immer genannt. Da macht man hier das Spül mitten rein. Und dann kann man so spülen. Ja, wir wollen euch jetzt mal unser neues Zuhause für die nächsten drei Wochen zeigen. Und nicht das hier, sondern das hier. So sieht's aus. In dem Schätzchen hier werden wir in den nächsten drei Wochen verbringen. Und wer jetzt denkt, da ist doch kaum Platz drin, auch wenn das Auto echt groß ist. Nein, oben drauf ist ein Zelt. Ist ähnlich wie bei uns in Australien. Da werden wir drin schlafen. Genau. Größeres Zelt haben wir. So, jetzt wollten wir euch mal kurz zeigen, was wir hier genau jetzt eingekauft haben und dabei haben. Genau, das hier ist unser Bettzeug. Das ist auch hier in so einem schönen, ja, was ist das? Vorm schönen Bügel. Was auch immer. Schönen Ding drin. Ja. Dann haben wir hier eine große Box. Kannst du einfach so abnehmen, glaube ich. Ja, hier ist halt so Campingzeug drin. Genau, Campingzeug. Das hatten wir schon alles jetzt dabei. Ja. Hier ist jetzt Besteck drin, komplett. Da Töpfe. Alles mögliche, was man braucht. Teller. Ja. Ja, das ist da drin. Dann haben wir hier eine Box. Da haben wir schon eingekauft. Da ist jetzt zum Beispiel zweimal Toast drin. Hier ganz viele Dosen. Gemüse halt alles. Dann, falls man sich mal die Hände schmutzig war, Babytücher. Ja, hier auch. Ja, da sind ja ein paar Einkäufe. Porridge, ähnliches. Einkäufe, genau. Ja, hier haben wir das Wasser. Hier vorne haben wir Grillanzünder. Und was haben wir noch? Schwämme. Eine Dose fürs Essen kochen. Da hinten ist eine Katze. Da läuft wieder eine von unseren Katzen hier. Ja, hier sind auch Einkäufe zwischen und leerer Tüten. Und wie man hier sieht, noch ohne Ende Dosen. Dann haben wir dabei hier einmal für auf dem Feuer. Wir werden uns wohl die Veggies draufhauen. Also das Gemüse. Und zweimal Gas. Dann haben wir einmal Feuerholz gekauft hier. Eine Tüte mit einem Beutel. Ja, Toilettenpapier, Küchenrolle. Dann haben wir hier einen Kompressor zum Reifen aufpumpen. Und hier ist noch eine Solarleuchte drin. So, und dann machen wir das Auto mal auf. Mach da erst. Hoch. Genau. So. So, dann halt noch unsere Rucksäcke rein. Unser Gepäck. Genau. Da vorne haben wir einen Kühlschrank. Ja, ich kletter einmal rein. Mach das außen mal auf. Ja, mach mal außen auf, wenn du es schaffst. So, hier drin haben wir dann noch eine Box. Hier ist jetzt Werkzeug drin. Dann haben wir noch hier ein Kehrblech drin. Der Starthilfe-Kabel, Abschleppseil. Und eine Toolbox halt mit Werkzeug direkt. Alles mögliche, was man braucht. Hier hinten an der Wand das große. Grau-blaue. Das ist ein Wassertank, aber nicht für Frischwasser. Das ist nur zum Abspülen da. Oder Autowaschen oder was auch immer man damit machen will. Hier haben wir Rubbermanten. Also wenn wir uns im Sand festgefahren haben, auspacken, unter die Reifen legen. Damit kommt man schneller wieder frei, als wenn man nur schaufelt. Ja, dann haben wir hier unsere Stühle. Und ich mache mal einmal den Kühlschrank auf. So, ja. Hier ist unser Kühlschrank. Da haben wir jetzt Obst drin. Kartoffeln und so weiter. Ein paar Kartoffeln, ihr Aufstrich. Und ähnliches. Das ist auch richtig cool. Der ist jetzt schon total kalt. Das ging echt schnell. Und, warte, ich komme mal wieder raus. Zack. So, und hier oben unter der Decke, da hängt unser Campingtisch. Das ist cool gemacht, platzsparend untergebracht. Und ganz lustig ist auch hier der Frischwasser, äh, nicht Frischwassertank. Der hat hier unter dem Auto seinen Ausgang. Und da haben wir dann hier halt das Spülwasser drin, zum Beispiel. Oder zum Kochen, weil wenn man es abkocht, geht das ja. Ja, so sieht es hier aus. Und ja, oben, wie gesagt, ist das Zelt. Hinten drin, also wer will. Wir haben noch zwei Plätze frei. Können wir euch gerne mitnehmen. Dann müsst ihr aber schnell sein. Ja, genau. Und das Coole ist auch, das ist ein echt recht neues Auto. Also der sieht innen noch super gut aus. Ich springe einmal kurz rein. Diesmal auch kein Pajero, ne? Genau, nicht hier kein Pajero wie in Australien, wo wir so viel Pech hatten. Ja, ist halt ein manuelles Getriebe, keine Automatik. Aber ansonsten sehr, sehr neu, wie man sieht. Hier neue Sony-Radio drin. Und ja, ein richtig schönes Auto. Definitiv, ein Toyota Hilux. Ich glaube, 2,4 Liter. Sechs Gänge. Und ja, so sieht es aus. Hier noch ein kleiner Feuerlöscher. Und das war unsere kurze Roomtour vom Auto. Ja, da werden wir jetzt die nächsten 3 Wochen drin verbringen. Genau, unser neues Zuhause. Richtig krass. Ja, wir werden jetzt noch unsere Sachen packen. Hinten in den Koffer rumpacken. Und dann wird es morgen losgehen. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen an der Route gefeilt. Noch mal ein bisschen optimiert. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Jetzt wird jeden Tag ein Vlog kommen. Also wir wissen ja nicht, wie das mit dem Hochladen ist. Aber wir werden auf jeden Fall jeden Tag die 3 Wochen filmen, weil wir halt ganz, ganz viel geplant haben. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis morgen oder wann das nächste Video online kommt. Macht's gut. Ciao. Wir glauben, dass wir gerade angekommen sind. Einmal wirklich mitten im Nirgendwo. Hier stinkt es irgendwie. Ja, hier stinkt es irgendwie. Hier hat wohl was hingekotet. Wahnsinn. Hier ist echt nichts außer Grillen, Heuschrecken, ähnliches. Ich hoffe, dass wir sind die Toiletten. Ich hoffe, dass wir sind die Toiletten. Ich hoffe, dass wir sind die Toiletten.